Und jetzt sind wir wieder zurück zu... Let's play... Alien or the Predator Ja, wir sollen jetzt hier irgendwie... ...den hier... ...verholen, damit wir hier abholen können ...und mal schauen ob er den vielleicht finden... ...ne, da will ich jetzt nicht... ...ne, da will ich jetzt nicht... Ich habe die Route zur Pyramid... ...zu Ihren Hut... ...ah, unvergültige Noten... ...die Kraft hat über die Beziehung... ...die Zenomorphs... ...Arlus! Ich lasse die hier erstmal ein bisschen reinrennen... ...die sind hier auch gegen mich, so viel ich weiß... ...hier darf ich nicht reinrennen... ...das ist so ne Grutze hier... ...ne, ja, ich drück immer die falsche Tasse... ...oh, ne, 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 ich häng fest... ...oh... ...ja... ... 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 Okay, ich muss einfach vor diesem Geschütz abhauen. Den mir erstmal ein bisschen Schrot in die Nase blasen. Wo? Da. Was? So. Jetzt rein 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 Sehr schön Oh hier hat die Granaten, die hol ich mir gleich So Näh, nicht mit mir Irgendwo ist einer So, hier hol ich mir immer den Sniper Okay, da ist einer So Das wir hier ja auch mal ein bisschen benutzen Boah, boah Alter Ja, ist klar Alter, ne, da geh ich gar nicht mal rein Oh, ne, wieder von hier Da sind wir wieder Oh, und ich wurde auch, wäre da hier auch schon kräftig angegriffen Wäre hier auch schon kräftig angegriffen Nein Boah, man sieht ja auch einfach gar nichts So Ich bin ja jetzt einfach nur durchgerusht Bin ein, zweimal verreckt Oh, ne Okay, der dahinten an den Flammenwürsor Und so Geh ich, da geh ich irgendwie, der geht jetzt mal rein Ah Außen mit Shockgun Nee, ich will, wenn es nicht anhören Ich will Wo muss ich lang Hier Oh, das ist schon mal toll Oh, das ist schon mal Wir sehen gleich beide. So, das nehme ich mir auch mit. Ich weiß nicht. Ne, komm nicht. Bleib mal hier bei. Ah, gut, ein Anreger. Gleich mal hin. Fakt! Woh, das ist gut. Woh, das ist gut. Woh, das ist gut. Woh, das ist gut. Von den ersten Vögen der Stuttgart, wir sind schneller als die Erle. Die Wahlen-Yutani-Körperschaft Die Wahlen-Yutani-Körperschaft von der neuen Frontier. So. Ich habe jetzt zwar nicht gerade gehört, aber... Hier noch mal ein bisschen Medikation. Wahlen-Yutani. Bildung bessere Worlds. Hier gleich mal noch mal eine Spritze. Ne, da gehe ich jetzt nicht lang. Ich hasse lange Gänge. Von unseren ersten Vögen der Stuttgart zu schnell als die Lichtkommers. Die Wahlen-Yutani-Körperschaft hat in der Vanguard der neuen Frontier. Wahlen-Yutani. Bildung bessere Worlds. Hm. Schau mal, wo muss ich da lang? Und irgendwie ist es hier ein bisschen verpackt, dass Zarya kein Untertitel hat. Ah, hier muss ich da lang. Hm. Ja, ja. Treppen. Ach, nicht. Ach, nicht. In der ersten Vögen der Vögen der Gänge, zu schnell als die Lichtkommers. Die Wahlen-Yutani-Körperschaft hat uns vorhin auf diesen Ort zurückgelegt. Ich muss nicht zu... Ich muss nicht zu... Ich muss nicht zu... Ich muss nicht zu... Was der ganze Assel kommt. So Ehm, kurz schauen, für mich hat die noch, ah ja Geht so Hier muss ich doch in Deckung gehen können Na ja Na 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 Ach Aha Puck Wo war denn der? Äh, nee Hier, die, auch nicht Oh, wot, 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 falsche Taste, falsche Taste. Okay. Das war jetzt nicht gerade nett. So, der sei erstmal weg. So, das hier noch einen zweiten. Oh, der ist schon da. So, hier nehme ich jetzt den Schockern. Oh, nee, das kommt hier erst. Ich bin so weit, was, so weit zurück. Ich bin so weit zurück. Ich bin so weit zurück. Und dann kann ich das weg. Oh, das ist weg. Oh, das ist weg. Ich bin so weit weg. Oh, das ist weg. Okay Ehm okay Die 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 Gott der ist weg Ich werde die falsche Taste drücken Ich werde die falsche Taste drücken So, jetzt sind wir hier und die Schuckern. Spritzen wir uns vielleicht erstmal... Ne, gut, leben wir nicht genug. So, diesmal nicht mein Liegen. Ich hätte sogar noch Schuckern. All-All. Sorry, ich habe mich. Ist hier ein Seasher? Ja. Ja. Aber, bevor wir da überhaupt hingehen... ...würde ich sagen, das war's immer für diesen Teil von Let's Play Elmer's Predator. Äh, ich weiß gar nicht. Ja, stimmt.